so 321 willkommen zurück zur farm manager 2018 heute beziehungsweise am 14 januar 2019 kam ein dlc raus und zwar brewing and winemaking wir können jetzt wohl auf unserer kleinen farm wein keltern oder wein anbauen bierbraun mal schauen ich wähle mal das szenario in vino veritas aus wein ist ein geschenk welches den menschen bereits seit dem altertum bekannt ist und du solltest also keine größeren probleme haben es herzustellen vergiss nicht dass wein aus verschiedenen weinstöcken hergestellt werden kann die besten und teuersten weinstöcke müssen sehr lange gelagert weinsorten müssen besonders lange gelagert werden ok wählen wir erstmal wein aus so die ordnung der welt wieder herstellen altbekannt die musik und der ladebildschirm der dauert auch immer etwas ich glaube ihr könnt mal ein bisschen vorspolen ok ihr braucht nicht vorspulen so in vino veritas bla 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 das hatten wir noch vor uns schon ziele zweimal weinberg ein weinkeller produziere 5000 stück wein aus einer mischung von einer zutat produzieren über drei jahre hilfe 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 ich weiß nicht ob du ich bin adam wir ging zusammen zur schule dein vater hat mich gebeten hier auf der farm ein wenig zu hilfe ja zeig ja bitte das ist eine der wichtigsten auf dem spiel hier kannst ja bitte ach so scheiße ja gut kommen klicken wir nachdem wo man klickt hat es beginnt hier ja wie 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 groß soll ich denn machen 15 mal 15 so weiter wetter alarm zur niedrige temperatur ok scheiße deko bla 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 nee das brauchen wir alles nicht ich komme weg ja abbrechen nein abbrechen nein abbrechen ja du lernst schnell ja toll beenden oh meine güte ok das sind meine ganzen aufgaben was ist das hier ich mach erstmal pause ähm das wird wohl mein weinberg sein weinstock feld 1 feld 3 feld 2 okay doch mehr los hünann ok was feuchtigkeit fruchtbarkeit pflügen bitte habe ich überhaupt angestellte aktuell 6 die im moment nichts machen oder Okay, sechs Angestellte, die nichts machen, dann mal bitte per Hand. Fertigkeit Einfluss im Hänger. Tiere, komm. Du hast Kraft. Du hast Kraft. Komm, ihr könnt eigentlich alle hier rein arbeiten. Mist, Mist, Mist. Abbrechen. Arbeit abbrechen, ja. Ich habe doch hier einen Flug. Flug Lili. Feld zwei. Pflügen dauert an. Nein, ich habe doch abgebrochen. Ach, weil ich Pause gemacht habe. Okay, dann pflügen wir halt hier nochmal. Mit Maschine. Du, mit Maschinen. Okay, dann halt nicht. Gott, ich habe alles verlernt. Was müssen wir denn hier machen? Feuchtigkeit. Würde ich sagen, gießen. Hier gehen wir zwei zum Gießen drauf. Oder alle drei? Ist zu weit. Oh Gott, dann brauchen wir einen Brunnen. Blalala bauen. Nein, da war es nicht. Da war es nicht. Wo war der Brunnen? Wir machen hier einen Brunnen hin. Meine Fresse. Zweimal Weinberg. Weinkeller. Müssen wir mal wissen, wie so ein Weinkeller aussieht. Müller Weinberg. Schlachthof. Weinberg. Schlachthof. Mein Keller. Bauen wir hier hin. Feldweg. Gefestigter Weg. So, Gott, oh Gott. So, jetzt können wir aber doch hier endlich mal gießen. Arbeit abbrechen, ja. Gießen. Da. Automatisch vervollständigen Arbeiten. Fruchtbarkeit. Traktor. Fluglilie. Wartung. Reparieren. Warum geht dieser eine Flug nicht? Angestellten Gebäude. Genau, wir brauchen Angestellte. Am besten jemanden, der ein bisschen Traktor fahren kann. Pflanzen pflegen, Einfluss auf die Größe der Ernte. Wir nehmen mal dich und dich. So, wenn ich jetzt dich auswähle. Mit Maschine. Traktor. Flug. Auswählen. See. Arbeiten. Müsste das Feld doch jetzt gepflügt werden. Hier wird gegossen. Jawohl. Mein Geld ist hier oben. Alles gut. Arbeit abbrechen. Nein. Mein Keller gebaut. Produziere. Produziere. Was ist hier? Verkaufe. Fünf Truthähne. Was? Truthähne. Haben wir denn? Kleines Lager. Meinberg. Truthähne. Habe ich irgendwas verpasst? Kleiner Stall. Hühnerstall. Imkerhaus. Mittlerer Hühnerstall. Erfordert Schulung. Nein, das war's nicht. Ach Gott. So. Wie konnte man nochmal drehen? Er? Jawohl. Rotation. Ort für. Moment. Da bauen wir vorher nicht... ...ne Strasse hin. So. Jetzt. Bühnerstall. Bühnerstall. Zack. Truthähne. Mir soll's rechts sein. Ok. Der Flug. Der haut ja mal voll hin. Wo konnte man nochmal die Schulungen machen? Wirtschaft. Schulungen. Qualität. Woow. 100.000. Zugang zu einem Windkraftwerk. Ja, klingt gut. Verringert die Maschine und der Fürse. Äh, Kosten. Vergrößere Kapazität vom Lager. Ach so, da muss ich erst warten, bis das fertig ist. Ok. Das ist gegossen. Gießen. Hier bitte per Hand gießen. Automatisch vervollständigen. Arbeiten. Modernis spielen. hier aus. Noch nicht so weit. Ein Berg. Muss denn hier jemand schon arbeiten? Nö, ich glaube nicht. So, ihr gießt mal fein. Malo Syra. Syra. Medita Liti Auswählen, wen haben wir denn hier? Aufreitung G. Ich könnte noch einen Angestellten brauchen. Kleines Lager. Obst, Gemüse, Eier. Gebäude für fest Angestellte. Ich brauche da, äh, ich glaube, ich brauche ein weiteres Gebäude für fest Angestellte. So. Da, 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 da. Brotqualität, Brotqualität. Kultivieren. Mit Maschine. Mit Maschine. Traktor. Maschine kaufen. Ich glaube, der Kleine reicht. Ja, Parkplatz. Ja, Parkplatz. So, wird der jetzt angeliefert gleich. Da, 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 da. Okay. Der Brunnen ist vor ein wenig im Weg. Okay. 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 Nicht so nah an die Straße bauen. Okay. Hier wird irgendwie noch nichts angeliefert. Das ist ja blöd. Oh, doch. Ja. Jawohl. So. Kultivieren. Mit Maschine. Der Traktor. Der Grubber. Und Kollege, das machst du. Arbeiten. Die anderen Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Kultivieren hier mal per Hand. Automatisch vervollständigen. Arbeiten. Zur Angestelltenhaus ist errichtet. Jetzt hätte ich gerne jemanden, der gut für Kühe isst. Quatsch. Für Tiere. Vier zu anstellen. Der ist der billigste. So. Und der arbeitet natürlich hier. Hühner. Ich würde gerne keine Hühner, sondern Trothäne. Kaufen. 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 Erlaubte Nahrung. Weizen. Hafer. Ich habe nichts. Nichts. Auf dem Markt. Kaufen. 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 Ne, ich würde fertige Produkte gerne kaufen. 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 Weizen. Kartoffeln. Rocken, Weizen. Du hast keinen entsprechenden Platz. Ich baue ein Lager. Ich dachte, ich hätte ein Lager. Ein kleines Lager. Okay, Mist. Düngen wir mal. Künstlicher Dünger. Kaufen. Auswählen. Künstlicher Dünger. Kaufen. So muss ich erst warten, bis das angeliefert ist. So, scheiße. Gut. Erste Folge beendet. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.